Musik Ja, Heidi Ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Badazzo. Ich bin heute mal nicht ganz alleine hier und zwar habe ich einen kleinen Gast dabei, der möchte sich natürlich auch gerne mal bei euch hier vorstellen. Ah, Heidi Ho, ich bin Lukas und viel Spaß mit diesem Video. Ja, danke sehr. Mein Sohnemann ist heute mit dabei, schaut mir ein bisschen über die Schulter. Er möchte auch mal großer YouTuber werden, so wie sein Vater. Ja, herzlich willkommen hier zur neuesten Folge vom Badazzo. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, es geht heute los und zwar bauen wir ein schönes Gehege für den Gorilla. Im Vorwege gab es natürlich wieder eine kleine Umfrage. Ihr hattet diesmal die Wahl zwischen dem Bonobo, dem westlichen Schimpansen und dem westlichen Flachland-Gorilla. Ja, wie ihr jetzt in den eingeblendeten Zahlen sehen könnt, war es wieder relativ eindeutig. Ihr habt euch für den Flachland-Gorilla entschieden und so soll es auch geschehen. Ich habe mir hier diesen Bereich ausgesucht, um für die Gorillas was zu bauen. Kleine Vorab-Info. Es wird einmal einen Cut geben, das werde ich aber nachher im Speedbuild-Part nochmal sagen. Mir ist einmal der Laptop komplett abgestürzt und die Aufnahme war nicht mehr zu retten, weil ich fälschlicherweise im MP4-Format aufnehme. Das habe ich jetzt mittlerweile umgestellt. Ich nehme jetzt den MKV auf, weil da ist es meistens bis zum Absturz wird das dann trotzdem gerendert und hin und her. Viel Technik, tralala. Aber das habe ich jetzt umgestellt auf MKV. Also falls mir irgendwann nochmal die Rechner abstürzen sollte, dann ist das jetzt kein Problem mehr. Dann haben wir trotzdem die Aufnahmen noch am Start. Aber vorweg, wie gesagt, es wird einen Cut geben, da wird ein bisschen was passiert sein. Mir fehlt ungefähr eine Stunde Aufnahme in etwa. Ist aber nicht so schlimm. Und dann gibt es noch einen kleinen Twist, dazu aber auch nachher noch ein bisschen mehr. Ich hatte erst überlegt, das Gehege 2 zu teilen sozusagen. Habe mir aber während des Bounce das nachher anders überlegt und auf die andere Seite soll dann nachher was anderes kommen. Aber nicht lang schnacken, komm in den Nacken. Wir gehen rüber ins Speedbuild-Part. So, und wir bleiben natürlich unserer Linie ein bisschen treu und fangen mit dem australischen Holz an. Aber vorab wollte ich gerne mal hier, wie ihr es gerade im Hintergrund seht, einen kleinen Tunnel bauen. Ich hatte ein Bild schon mal an den guten Thomas Freaks geschickt. Und der sagte, oh, ein Gorilla-Gehege mit Underwater-Viewing. Nicht ganz, lieber Thomas. Ja, ich wollte einfach mal so einen Tunnel damit reinbauen. Wir hatten ja letztens eine Zoo-Tour gehabt, wo wir auch im Orang-Utan-Gehege einen solchen Tunnel hatten oder einen ähnlichen Tunnel. Und ich fand die Idee ganz gut. Auch Micha hatte mir, ich weiß gar nicht, per WhatsApp oder so. Auf jeden Fall sagt er auch, dass er das total cool findet eigentlich mit so einem Tunnel mal. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Machen wir bei den Gorillas einfach mal so einen schönen Tunnel hin. Ist jetzt hier auch nichts Spektakuläres. Ihr kennt das Wort bei mir. Ja, wie gesagt, ist nichts Wildes. Der Bogen ist eigentlich, ja, ihr seht dasselbe. Es ist einmal der Laubengang mit ein bisschen Holz unten dran. Also wie gesagt, echt nichts Dramatisches. Ich habe den erstmal bis zum Wasser hinten durchgezogen fast. Ihr seht nachher beim Video, ich habe den wieder ein bisschen eingekürzt, weil es dann doch zu viel war. Ich wollte hier so einen kleinen Übergang machen, damit es nicht immer das Gleiche ist. Habe da aber irgendwie überhaupt nichts Passendes gefunden und habe mich dann dafür entschieden, einfach weiter den Laubengang zu benutzen. Ich wollte hier noch so eine Kuppel reinbauen, aber irgendwie, es hat halt nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da habe ich gedacht, dann bleibst du bei dem Basic, was auch schon cool aussieht, finde ich zumindest. Könnt ihr mir natürlich gerne mal eure Meinung mit reinschreiben. Wie gesagt, hier seht ihr es. Ich habe es bis zum Wasser eigentlich durchgezogen und wollte hier am Ende des Tunnels quasi nachher das Häuschen für die Tiere bauen. Hier seht ihr es auch schon, ich kürze das wieder ein bisschen ein. Ich habe hier angefangen, den Tunnel mit Kalkplatten auszukleiden. Mache ich ja auch relativ gerne. Wir haben es ja auch bei den Karakals oben auf der Terrasse, haben wir es ja auch so ausgekleidet. Hier zu dem Zeitpunkt war der Plan einfach nur diesen Gang auszukleiden. Ihr werdet das nachher sehen. Ich habe im Prinzip den ganzen Bereich kommend vom Karakal-Gehege bis hierhin jetzt mit diesen Kalkplatten ausgelegt, weil ich das einfach wesentlich schöner finde. Und das werden wir auch weiterhin durchziehen. Also ich sage mal ähnlich wie im Wildcat Sanctuary, wo wir ja auch den kompletten Weg verkleidet haben. Da guckt ja kein normaler Basic-Weg mehr raus. So werden wir es hier auch machen, allerdings ab diesem Bereich nur. Also das, was wir vorher im Stream gebaut haben, das wird so bleiben. Da werde ich jetzt nicht anfangen und die ganzen Wege nochmal verkleiden und so. Weil hier habe ich das Konzept jetzt aufgenommen, weil wir nachher einen schönen Abschluss nachher haben. Ja genau, hier sieht man es nochmal genau. Hier verkürze ich das nochmal. Wir machen nachher die Umrandung des Geheges wieder mit den Stalagniten. Und da entsteht halt so eine kleine Gasse, sage ich jetzt mal. Und die habe ich halt verkleidet mit den Kalkplatten. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Und ein bisschen habe ich mir das bei Micha auch abgeguckt. Wir verbreitern den Weg im Prinzip künstlich. Hier vorne ist es jetzt noch nicht so. Wir sehen es nachher von der Sicht rechts gesehen. Kommt nachher auch nochmal ein kleines Sichtfenster rein. Und da verbreitern wir den Weg quasi. So als wenn das eine ganze Fläche ist, aber ist es eigentlich gar nicht. Seht ihr nachher, was ich genau meine. Wie gesagt, fand ich optisch ganz cool. Ich habe hier mit Micha die ganze Zeit auch korrespondiert, nenne ich es jetzt mal, wie man das am besten verkleiden kann. Ich hatte erst überlegt, den Laubengang wegzunehmen und doch etwas eckigere Fenster einzubauen. Das fand ich dann aber nicht so hübsch. Und Micha sagte auch, das sieht irgendwie nicht so gut aus mit dem Runden. Das sieht besser aus. Ja, mit den Holzsachen habe ich es irgendwie nicht geschafft, das vernünftig zu verkleiden. Deswegen habe ich hier mit den Stalagniten ein bisschen gearbeitet. Ich persönlich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Da kommen gleich noch ein bisschen Efeu-Pflanzen ran und so weiter. Und dann finde ich, kann sich das ganz gut sehen lassen. Ich finde sowieso, das habe ich glaube ich aber in der letzten Folge auch schon gesagt, dass man mit den Stalagniten einfach wesentlich angenehmer solche Rückwände und sowas bauen kann, wie mit den unechten Bäumen. Die haben wir ja im Anfangspart, sage ich mal, sehr viel benutzt. Die werden auch da bleiben. Die tausche ich jetzt nicht großartig aus, weil das ist einfach der Anfang, dass man, wenn man diesen Zoo irgendwann mal besucht, auch sieht, okay, Step für Step hat er sich verbessert oder wie auch immer. Oh, jetzt habt ihr glaube ich gerade gehört, dass ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe. Ja, wie gesagt, das ist alles, ja, soll so sein, dass man den Unterschied nachher auch sieht. So, Entschuldigung, jetzt war ich ganz aus dem Konzept. Hier bauen wir ein kleines Sichtfenster nochmal rein, weil ich dann nur den Tunnel auch ein bisschen langweilig fand. Da kommt gleich noch ein bisschen Verkleidung drumherum. Ich habe da mit den Rinnen gearbeitet in Dunkel. Das seht ihr jetzt nochmal so ein bisschen als kleine Führungsschiene. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber ihr seht ja, was ich gerade da bastel. Das wird noch ein bisschen schön verkleidet. Oben kommt noch ein bisschen Holz dran und dann sieht das meiner Meinung nach schon ganz gut aus. Ja, was ich eben sagte, dass man so ein bisschen den Unterschied sieht von Anfang zu bauen und wie es sich das jetzt entwickelt hat. Ich denke mal, ohne mich selbst loben zu wollen, das sage ich auch jedes Mal, glaube ich, hat sich das schon ordentlich verbessert, muss ich sagen. Also ich baue bei weitem nicht mehr so detaillos in Anführungsstrichen, wie ich es am Anfang mal gemacht habe. Dennoch muss ich sagen, baue ich sicherlich auch nicht so detailreich wie manch anderer von uns hier aus der Community. Ich glaube, ich bin so ein gesundes Mittelmaß und es läuft noch fluffig und es ist sehr detailreich und fängt an zu stocken. Ja, wie gesagt, ich glaube, aber ich glaube, man kann es sehen lassen, was ich hier so zusammen... Na herrlich, ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, man kann das ganz gut sehen lassen, was ich hier zusammenknüppel. So wollte ich sagen. Ja, hier seht ihr es. Ich fange an, den kompletten Weg zu verkleiden. Das zieht sich jetzt einmal quasi bis vorne durch, bis zum Karakal-Gehege und dann beim Karakal-Gehege, ich sage mal zwischen Karakal und den, na, hier, wie heißen die Dinger noch? Gürteltieren, da mache ich es auch noch. Da habe ich es, glaube ich, noch nicht komplett fertig gemacht, weil ich noch nicht genau weiß, was hinter dem Gürteltier-Gehege kommen soll. Deswegen habe ich es da, glaube ich, noch mal ein bisschen ausgelassen. Ja, und jetzt kann man hier nämlich schön die ganzen Ecken noch richtig toll verkleiden, ohne dass das jetzt irgendwie großartig, ja, Absätze gibt oder sonst irgendwas. Man muss natürlich ein bisschen mit der Höhe spielen, damit man nicht so das Sea-Fighting hat, aber das lässt sich ganz gut eigentlich machen und auch mit den Stalagniten jetzt als Rückwand kann man das sehr gut abdecken. Hier seht ihr es auch, da entsteht irgendwann noch mal, ja, ein bisschen Grünzeug drin und so weiter. Mal gucken, was ich da noch hinmache. Ich habe es erst mal so ein bisschen abgegrenzt, damit ich den Weg weiterführen kann. Was da noch entsteht, weiß ich nicht, aber ich denke mal, da werden nur Pflanzen reinkommen. Ist bis dato auch noch nichts geschehen. Also ich habe wirklich nur das Gehege erst mal gebaut, weil ich so ein bisschen auch in Zeitdruck war. Ja gut, Zeitdruck will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich hätte jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber ich wollte es fertig machen, damit ich nicht in Zeitdruck komme. So ist es vielleicht besser gesagt. Ja, wie gesagt, ich ziehe hier das voll durch. Der ganze Boden wird gemacht. Ja, man hätte jetzt auch Nullwege machen können. Ist eigentlich völlig Wurst. Ich habe jetzt den Weg da drunter gelassen, weil man sieht ihn ja so oder so nicht. Genau, hier kann man das nochmal schön sehen, dass ich das bis zum Karakal gehege gemacht. Die Anhörung, die geht so ein bisschen leicht in die Kurve rein. Da habe ich es jetzt nicht verkleidet, weil ich mir dachte, das wird ziemlich fummelig wahrscheinlich, weil das nicht eine Gradzahl ist sozusagen, die der Weg da hoch geht. Deswegen habe ich das erstmal weggelassen. Genau, hier seht ihr jetzt das, was ich eben sagte. Da kommt nochmal so eine Ausbuchtung und da führe ich den Weg nochmal so ein bisschen rum. Aber damit wir nicht in der Mitte halt so ein Penüppel da haben, ziehe ich da auch gleich nochmal die Kalkplatten komplett einmal rum, sodass das dann aussieht, als wenn der Weg dort wesentlich breiter ist. Was er ja eigentlich nicht ist. Das hat ja auch nur so einen kleinen verwurschtelten Weg da nochmal rein. Aber optisch sieht es nachher so aus, als wenn das groß so ein kleiner Platz in Anführungsstrichen wäre. Genau, hier setze ich die Stalagniten auch nochmal so ein bisschen runter, um da nachher noch irgendwie ein Beet oder irgendwie Pflanzen was hinzumachen. Und jetzt seht ihr es nämlich, jetzt ziehe ich die Kalkplatten nochmal schön weiter nach vorne. Und dann ist aus diesem, ich sag mal, normalen 6 Meter Weg mit kleiner Abzweigung, ist halt ein schöner, breiter Weg geworden. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Da wird natürlich auf der anderen Seite dann auch noch irgendwas entstehen, ob da ein Gehege hinkommt oder ob da einfach nur mal was mit ein bisschen Szenerie hinkommt. Das weiß ich noch nicht genau. Schauen wir dann einfach mal. Ja, die Seite vom Gehege, an der ich jetzt arbeite, sollte ursprünglich auch mal Gorilla-Gehege noch werden. Habe ich mich aber, wie gesagt, jetzt dagegen entschieden, aus dem Grunde, weil ich erstens das Gehege hier groß genug fand, was wir jetzt gerade bauen für einen Gorilla. Und ich dann eine andere Idee noch hatte, was wir da noch gut reinsetzen können. Ich habe da so eine Idee im Kopf, ich weiß noch nicht, ob das hundertprozentig klappt. Vielleicht wird es auch vom Spiel her klappen, aber ich kriege das nicht umgesetzt. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe da so die eine oder andere Idee, was da entsteht. Hier habe ich den Boden nochmal wieder ein bisschen erhöht, ähnlich wie Gehege der Gürteltiere. Dass man da nochmal so ein bisschen face to face sozusagen mit den Gorillern, Gorillern, Gorillas, Gorillatierchen agieren kann. Dass man denen quasi nochmal, ja, Auge in Auge gegenüberstehen kann. Ich habe das Gehege auch so eingerichtet, das seht ihr gleich mit der Bepflanzung, dass man von der Seite des Tunnels sozusagen oder des Glasweges nicht hinter die jetzigen Pflanzen gucken kann. Das kann man dann nur von der anderen Seite. Sodass man im Prinzip die Wege komplett abgehen muss, damit man die Tiere von allen Seiten betrachten kann. Wir haben hier auch im Prinzip ja keinen richtigen Rückzugsort in dem Sinne, dass sich die Tiere komplett den Blicken entziehen können. Außer sie gehen ins Gebäude rein. Da sehen die Besucher die Tiere dann nicht mehr. Da ist der Bereich quasi vorbehalten für die Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz ist es dort natürlich einigermaßen gut ausgebaut. Und man kann einen kleinen Blick erhaschen, indem man vom Tunnel zum Gebäude nachher guckt. Da kann man durch, beim gewissen Winkel kann man da so ein bisschen rein luschern. Aber es ist so, dass die Tiere sich dort auch ein bisschen zurückziehen können. Und wir haben jetzt im Prinzip, wenn man jetzt gerade gehen würde an die Rückwand, da ist nachher auch noch eine kleine Ecke, wo die Tiere ungestört und nicht sichtbar für die Besucher schauen können. Ich glaube jetzt, warte mal, jetzt müssen wir kurz überlegen, ob wir jetzt, ne, ich fange das Gebäude noch an. Ich wollte gerade sagen, ob hier schon der Part kommt, wo ich den Rechner zum Abstürzen gebracht habe. Aber ich glaube, das dauert noch. Ich glaube, ich fange mit dem Gebäude ein bisschen noch an. Und dann knallt es, glaube ich. Genau, hier die Ecke, die wir jetzt hier gerade bauen, die ist nachher auch nicht einsehbar oder nur bedingt einsehbar für die Besucher. Sodass die Tiere auch hier nochmal ein bisschen die Möglichkeit haben, sich ein wenig zurückzuziehen. Und den, ja, vielleicht manchmal auch für die Tiere nervigen Blicke ein bisschen, äh, ja, entgehen können, sozusagen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man im Zoo ist, also wir haben jetzt bei uns hier in der Gegend einen kleinen Tierpark, ähm, der wirklich nicht groß ist, aber dort gibt es auch Schimpansen. Ähm, wenn man da in die Gehege reinguckt, ich finde, manchmal hat man das Gefühl, dass die Tiere, äh, sich schon gestört fühlen, dadurch, dass man da so, ja, so reinlunzt. Und, ähm, also die Tiere können sich auch dort, also das, äh, Ghettofer Tierpark, den wir hier haben, ähm, ähm, da können sich die Tiere auch zurückziehen. Die haben auch einen Innenbereich, der dann nur für Mitarbeiter einsehbar ist. Ähm, ja, aber irgendwie, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gehe gerne in den Zoo. Ich gehe gerne mit den Kindern auch in den Zoo, weil die da halt auch viel Spaß daran haben und so weiter. Ähm, ich kann aber auch so ein bisschen die, die Diskussion, äh, verstehen, dass sich natürlich so ein Tier in Gefangenschaft nicht wirklich wohl fühlt. Da mag das Gehege auch noch so schön sein, ähm, wer mag schon gerne eingesperrt sein? Und gerade, wenn wir jetzt mal über diese Menschenaffen reden, die uns natürlich vom Verhalten auch relativ ähnlich sind, da ist vielleicht so eine Maus, sag ich jetzt mal, ist da vielleicht ein bisschen anders davor, weiß man nicht, ist auch ein Lebewesen, also ich will da jetzt auch keine Grundsatzdiskussionen lostreten, aber, ähm, ja, ich finde gerade, gerade Menschenaffen, da habe ich manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich da nach reingucke und irgendwie andere Kinder oder sowas dann sehe, die dann am besten noch gegen die Fensterscheibe klopfen oder, äh, 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 und Grimassen schneiden oder so. Ja, weiß ich nicht, ist, ist ein bisschen grenzwillig. Aber gut, wir wollen da jetzt keine Diskussion großartig anfangen. Ähm, ja, ich glaube, jetzt kommen wir gleich in Richtung, ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe das erst gestern geschnitten, das Video, aber, ja, ich glaube, ein bisschen dauert es noch. Ihr werdet es ja gleich sehen. Ich mache dann auf jeden Fall einen kleinen Rundflug mal über das, was wir gebaut haben, damit ihr da nicht, äh, ganz unabgeholt steht. Und, ja, wie gesagt, äh, ist auch nicht so viel entstanden. Ich habe hier ein bisschen Pflanzen gesetzt. Ich glaube, ich habe noch den einen oder anderen Baum gesetzt, ein bisschen Rasen verteilt. Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie das halbe Gehege entstanden. Das hat mich auch echt geärgert. Ich weiß auch bis dato nicht, woran es liegt. Ich habe mit Sonja kurz gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Und, äh, sie sagte mir, dass sie das hin und wieder mal hatte, dass dann, äh, quasi durch die Power, die der Laptop braucht, äh, der Akku nicht schnell genug geladen wird. Aber das war bei mir nicht der Fall. Also, bei mir war der Akku komplett noch voll. Also, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Äh, also an Mangels Akkukapazität kann es eigentlich nicht gelegen haben. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch zu warm geworden. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich immer, wenn ich, äh, aktiv spiele, äh, den Lüfter eigentlich immer auf volle Pulle. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir bisher auch, wie gesagt, noch nicht ein einziges Mal passiert. Aber jetzt hat er sich gedacht, äh, geht er mal in die Knie. Ist jetzt so, ähm, müssen wir halt auf ein bisschen, äh, Speed Build verzichten. So, jetzt baue ich hier schon die Rückwand. Ich bin wirklich am strugglen gerade, ob gleich dieser Schnitt kommt. Wie gesagt, ihr werdet es ja dann, wenn, dann gleich sehen. Warte mal, ich drehe hier ein bisschen die Runden. Ich glaube, ich baue das jetzt wirklich nur noch hier runter rein. Ah, nee, genau, das Gebäude habe ich, glaube ich, gebaut, als es abgestürzt ist. Ist aber auch jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, jetzt kommt der Cut, ne? Ich mache hier noch ein bisschen nach hinten und dann, ich bin gerade wirklich überfragt. Hier baue ich das Gebäude oder fange zumindest an damit. Hm. Naja, ich quatsche einfach mal weiter und vielleicht, äh, macht es gleich einmal Boom und, äh, äh, alles steht. Ich wollte hier auf jeden Fall eine kleine, äh, Hütte mit drin haben, dass die Pfleger nicht so weit laufen müssen. Und hier war noch der Plan, äh, das wirklich zweigeteilt zu machen. Also, dass wir zwei Ausgänge links und rechts haben, sodass die Tiere dann, äh, ihr, ihren Bereich quasi wechseln können. Das habe ich dann aber nachher zum Ende anders gemacht und, äh, da wird ein zweiter Gehegeeingang noch kommen, zu einem separaten Gehege, was dann jetzt auf der rechten Seite sozusagen vom Tunnel ist. Und da kommen dann andere Tierchen rein. Da ist aktuell noch eine Umfrage auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal in den Community-Tab switchen. Ähm, da habt ihr die Auswahl diesmal zwischen zwei Tieren, äh, und könnt damit abstimmen. Hier seht ihr jetzt einmal die beiden Ausgänge dazu. Ähm, davon ist nachher nur noch der eine quasi nutzbar für die Gorillas. Und, ähm, auf der anderen Seite kommt ein anderer Eingang rein. Das gibt es dann aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und jetzt müsste es, glaube ich, gleich scheppern und, äh, der Schnitt kommen. Auch hier kleide ich das Ding wieder komplett aus. Mit dem Kalkboden, sodass sich das dann durchzieht. Und ich glaube, auch hier, ähm, sieht man gleich nicht mehr, dass ich die Rückwand, äh, verkleide. Und zwar habe ich es, äh, hier mal anders gemacht. Ich habe, äh, TV-Tafeln hinten ran gebaut. Und habe da dann so ein, ja, Dschungel-Hintergrund-Bild quasi eingefügt. Das habe ich in vier Teile aufgeteilt. Habe das dann schön hinten ran gemacht. Und ein bisschen Kletterkram und sowas noch dazu gebastelt. Und dann, äh, sah das fand ich ganz gut aus. Aber das seht ihr gleich nochmal in der Aufnahme. So, jetzt kommt hier ein bisschen Barriere. Das Gute ist, dass ich die Barriere gesetzt habe, als es abgestürzt ist, meine ich. Äh, also seht ihr die ganzen Barriere, Hin- und Herschiebe, Orgien seht ihr dann nicht. Äh, genau, ich glaube, jetzt knallt es gleich genau. Hier habe ich jetzt einmal den Schnitt. Wie gesagt, ihr seht ja selbst, es ist nicht super viel entstanden. Wir haben hier einmal ein bisschen Pflanzen, äh, gebaut. Und den Innenbereich zeige ich euch gar nicht erst. Das ist auch gut. Ähm, das seht ihr aber gleich. Und spätestens im, im Abspann gleich, äh, zeige ich euch das nochmal, wie das von innen aussieht. Ja, jetzt kann man das hier ein bisschen sehen, im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, ich zeige euch das in Ruhe gleich nochmal. Wie gesagt, es ist jetzt nicht super viel, äh, außen entstanden. Ich wollte es relativ schlicht auch halten, also nicht zu überlaufen. Jetzt verkleide ich nochmal ein bisschen die Außenwände. Das mache ich aber eigentlich auch im Großen und Ganzen nur auf der Seite. Die andere Seite mache ich dann, äh, wenn das nächste Gehege kommt. Hier passe ich nochmal ein bisschen die begrünten Dächer an, sodass das nicht zu weit raussteht. Genau, jetzt gibt es nochmal kurz die Holzverkleinung drumherum. Auch hier, äh, bleibe ich im Prinzip dem, äh, Schema treu, wie wir es am Anfang haben. Ich habe jetzt hier ein anderes Braun genommen. Wir hatten ja vor, so ein Graubraun. Das habe ich jetzt hier in dieses etwas natürlichere Braun gewechselt. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass es einfach optisch ein bisschen schöner aussieht. Ich werde es aber im vorderen Bereich des Zoos auch nicht mehr ändern. Das bleibt so. Ähm, ja. Genau, wie gesagt, ich will nicht den, den ganzen Stream-Flare sozusagen zerstören, weil so habe ich halt das Video mal angefangen. Genau, hier noch ein bisschen Holz hin und her schieben. Und dann kommt eigentlich auch nicht mehr allzu viel. Ich baue jetzt, glaube ich, hier gleich an dem Tor noch ein kleines Rolltor ein. Ich wollte erst ein Schiebetor einbauen, aber wie ihr seht, da war nicht mehr genug Platz dafür. Deswegen gibt es hier ein Rolltor mit Maschendraht und T-Trägern. Hier hatte ich noch versucht, das Heu, was ein bisschen durchkommt, ein bisschen zu kaschieren. Ist mir nicht ganz gelungen, aber ich glaube, das kann man so lassen. Genau, das hier einmal noch ein bisschen verkleiden, damit man das Holz nicht so doll sieht, beziehungsweise dann das Verkleidungsholz, nenne ich es jetzt mal, da dann dran ist. Das sind immer so kleine Details, die aufhalten. Ich muss jetzt auch so sagen, ich bin jetzt ja nicht so super akkurat, gerade wie Micha das beispielsweise macht, weil man das nachher auch nicht wirklich sieht. Also als Besucher oder als, wenn Thomas zum Beispiel eine Tour durchmacht und er nicht unbedingt jetzt genau da an das Tor rangeht, sieht man es nachher so oder so nicht mehr. Also vom Tunnel aus oder von da, wo die Besucher nur hinkommen, fällt es nicht auf. Da sieht man das dann nicht. Natürlich habe ich mir eingeredet, damit ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich da ein bisschen gefuscht habe. Genau, hier kommt dann gleich nochmal eine Zeltstange unten ran, damit das nicht einfach so, dieser Maschendraht einfach aufhört. Und damit man das dann auch, achso, jetzt gucke ich einmal kurz nach, ob das überall vom Mitarbeiter begehbar ist, weil ich nicht wusste, ob das vielleicht zu tief hängt. Jetzt kommt noch eine Rinne unten dran und damit man das Tor öffnen und schließen kann, weil ich sage mal, ein Gorilla ist vielleicht nicht unbedingt das Tier, mit dem man da kuscheln möchte. Habe ich mir gedacht, bauen wir hier noch ein kleines Detail ein. Das sieht man eigentlich auch nicht wirklich, wenn man Besucher ist, aber für meinen inneren Monk musste das nochmal rein. Bauen wir hier eine kleine Leitung ran. Von dieser Leitung kann man dann nachher vom Mitarbeiterbereich aus dann das Tor öffnen beziehungsweise schließen. Jetzt fällt mir gerade auf, das habe ich noch nicht gebaut. Vielleicht müsste ich das mal machen, ähnlich wie im Reptopia. Vielleicht so einen kleinen Bildschirm da ran bauen, wo man dann auf der anderen Seite sieht, ob das jetzt dann Gorilla gerade drunter sitzt oder nicht. Das wäre vielleicht nochmal ganz sinnig, aber von dort kann man dann das Tor öffnen und schließen. Ja, jetzt habe ich überlegt, ich brauche hier noch irgendwie ein bisschen was drin. Also werden hier gleich noch ein paar Felsen reingesetzt, die ich dann gleich mit Ach und Krach noch im Rasen irgendwie markiert kriege, damit ich dem die richtige Farbe geben kann, damit es nicht zu grau wird. Da seht ihr das Spektakel. Ich habe andauernd das Gras angeklickt, aber nicht mit den Steinen. Dann hatte ich es irgendwann. Ab in die Gruppe, einfärben, fertig ist. Jetzt muss man sie nur wieder erwischen. Genau, da kommen noch ein paar Felsen rein und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ich weiß gar nicht, kommt noch irgendwas? Ich überlege gerade, ob noch irgendwas Gravierendes geschieht. Ich glaube, nein. Ich mache hier jetzt noch Maschendraht erstmal vor. Das ist erstmal nur provisorisch. Das wird wahrscheinlich nochmal vernünftig zugebaut. Aber ich glaube, haben wir noch irgendwas gemacht? Genau, also die Gorillas kommen natürlich jetzt noch rein. Da kommen sie gleich angepäst. Die können auch überall hin. Das war auch ganz gut. Sie können auch nirgendwo abhauen. Sie haben genug Platz. Also ich meine, gut, der Platz ist sowieso irrelevant, weil wir die Bedürfnisse ausgestellt haben. Ach genau, die Kästen baue ich hier noch hin. Ich wollte mal rumprobieren. Ich wusste nicht genau, ob es klappt. Es kann auch sein, dass wir nachher eine Fehlermeldung kriegen oder so. Ich musste hier, damit ich überhaupt was anzeige, musste ich, ich glaube, den Blauzungskunk musste ich da eintragen. Ist natürlich nicht das richtige Tier. Ist aber für uns auch nicht irrelevant, weil wir spielen im Sandbox. Aber da kommen die Schilder rein, die ich gebastelt habe. Einmal die Ernährung der Gorillas und die Lebensweise der Gorillas. Finde ich eigentlich ganz coole Schilder. Könnt ihr hier jetzt mal ein bisschen sehen, während ich die noch ein bisschen hin und her schiebe. Und es gibt natürlich noch einen Lautsprecher. Und so, wie Micha es ja letztens in seinem Wolfsvideo gesagt hat, die beiden Punkte müssen nach unten. Ja, ich fand, so konnte man das ganz gut da reinbasteln. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gorilla-Stuff auf die Ohren. Und das, den kopiere ich gleich nochmal auf die andere Seite zu dem Fensterchen. Und dann sind wir eigentlich auch soweit durch. Ach genau, hier kommt jetzt noch das richtige Gehegeschild hin. Und dann sind wir durch. Leute, ich lasse euch alleine. Wir sehen uns gleich im Abspann nochmal wieder. und hören uns. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, die Damen und Herren. Dann zeige ich euch mal ein bisschen, was hier so entstanden ist. Ihr habt es ja eben im Speedbild gesehen. Ich habe den kompletten Weg hier mit den Kalkplatten ausgekleidet. Hier vorne, wie gesagt, da bauen wir noch ein bisschen Flänzlein hin oder irgendwie was. Mal gucken. Dann haben wir hier nochmal die Einsicht fürs Neunbinden-Gürteltier. Ja, da läuft man weg durch, kleiner Vogel. Hier vorne haben wir das, ja, den Einsichtsbereich Nummer 1, sage ich jetzt mal. Da kann man die kleinen Gorillas hier beobachten. Da ist er vorne. Trinkt wahrscheinlich irgendwas oder wird, keine Ahnung. Hier haben wir nochmal die Schilder. Lebensweise der Gorillas, Ernährung der Gorillas. Ein paar Bilder dazu, ein bisschen Text. Dann hier nochmal die wunderschön eingebaute kleine Lautsprecheranlage. Dann geht es hier weiter. Hier vorne haben wir dann das Schild für den Flachland-Gorilla. Auf die Seite wird dann das Schild für die Tiere kommen, die hier auf die Seite kommen. Wie gesagt, einige Ideen habe ich da schon im Petto. Mal gucken, ob sich das so umsetzen lässt. Und hier kann man dann nochmal in das Gehege reinschauen. Auch hier haben wir nochmal die Schilderchen, die eben schon mal gezeigt worden sind. Hier kann man die Tiere nochmal beobachten. Ich habe ja jetzt auch nicht viel Kletterkram reingemacht, weil die Flachland-Gorillas laut Google und laut Wikipedia und Konsorten keine großen Kletterer sind. Deswegen habe ich mir gedacht, was soll ich das Gehege jetzt voll machen mit Kletterkram, wenn sie es eh nicht nutzen. Hier ist das, was ich eben schon mal sagte. Aus einem gewissen Winkel kann man hier nochmal in das Gebäude reingucken. Von daher ist es schon wichtig, dass wir es auch ein bisschen ausgebaut haben. Guck mal, da gibt es gerade neues Futter für die kleinen Biesten. Da ist der Mutti. Hinten ist der Fatti. Und hier gibt es Körner. So, wir gehen nochmal kurz hier rein. Da ist es jetzt noch nicht mega ausgebaut. Hier soll nachher der nächste Gehegeeingang entstehen. Schauen wir mal. Hier ist nochmal der Schalter. Wir gehen mal rein. Hier könnt ihr es jetzt nochmal sehen. Ja, hier haben wir ein bisschen See-Fighting. Vielleicht muss ich das nochmal mit Lamellen oder sowas auskleiden, dass es ein bisschen schöner aussieht. Aber ich glaube erstmal reicht es so. Die Rückwände fand ich so ganz cool. Ich wollte erst wieder Felsen nehmen. Habe aber gedacht, komm, machst du heute mal was anderes. Das fand ich so ganz nice. Hier ist, wie gesagt, das Rolltor, was man runterlassen kann mit der Stromversorgung. Das Ding werden wir nochmal umbauen. Entweder, ja, teilen wir, können wir das Ding eigentlich teilen? Ne, ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Mal gucken. Dann haben wir hier oben noch ein bisschen Licht. Und im Prinzip war es das, meine lieben Damen und Herren. Wir flitzen nochmal kurz und gucken uns das nochmal von oben an. Genau, das ist nochmal, was ich eben auch im Speed Build Part gesagt hatte. Das ist nochmal so ein kleiner Bereich, der nicht wirklich einsehbar ist. Bedingt auch von hier kann man ein bisschen reingucken. Aber hier könnten sich die Tiere auch nochmal zurückziehen. Ich finde, es bindet sich eigentlich ganz gut hier ein. Da kommen die anderen Tierchen hin. Da stimmt ihr ja gerade ab, wer da hin soll. Mal gucken, was wir hier noch machen. Eigentlich wäre hier schön Platz mal vielleicht für so einen Elefanten oder so. Müssen wir mal schauen. Gucken wir einfach mal. Liebe Leute, das war es für diesen Sonntag. Ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Außer, ich wünsche euch etwas ganz, ganz Schönes. Ich bin raus für diesen Sonntag. Meine Lieben, ciao, ciao. Und vergesst nicht zu abonnieren und den Like-Button zu drücken. Vielen Dank.